da könnte ich auch noch mal hinfahren reisevorbereitung da wisst ihr was von herzlich willkommen zu macht dufte bilder ich hatte euch ja versprochen ein wenig was über fotografieren auf reisen oder tipps für bessere urlaubsfotos zu geben mir ist dabei heute relativ egal mit was für einer kamera fotografiert das ist eigentlich bei meinen tutorials glaube ich auch fast prinzipiell egal mit was für einer kamera fotografiert also ihr braucht keine angst haben dass nur leute mit solchen kameras hier gemeint sind nein nein es sind auch leute mit solchen kameras gemeint und diese kamera übrigens habe ich ganz oft mit auf reisen und damit sind wir eigentlich schon beim thema ausrüstung und der frage wie viel will ich eigentlich mitschleppen wer natürlich sehr intensiv sein hobby betreibt der wird eine menge mitnehmen wollen und gerade in der urlaubszeit will man all das ausprobieren wozu man sonst zu hause keine gelegenheit hat und da fällt uns dann ein dass wir ein starkes makro objektiv dass wir ein besonderes teleobjektiv und einen tollen weitwinkel und ich weiß nicht noch alles in der tasche haben ganz ehrlich ich habe das auch jahrelang alles mitgeschleppt aber habe ich benutzt eher nicht nein nein weil dann ist man stundenlang unterwegs und will keinen so schweren koffer mit schleppen deshalb bin ich dann irgendwann bei so kleinen kompakt gemacht hat die mich immer dann begleiten wenn ich weiß hey ich bin lange unterwegs und ich will nicht schwer tragen oder ich habe muss andere sachen mitnehmen manchmal muss man halt auch daran denken dass man getränke verpflegung und sowas mitnehmen muss was ja auch alles wiegt und was man irgendwo unterbringen muss deshalb beschwert euch auf reisen nicht mit viel zu viel material neben was leichtes mit was er auf jeden fall vorher lesen sollte und deshalb nicht unbedingt mitnehmen ist den urlaub das sind auch auf vielen reiseführer also ihr müsst nicht so ein riesen stapel an reiseführern mitnehmen ich mache das immer so dass ich mir einen kleinen leichten aussuche und dann sage hey okay da trage ich mir all das ein wo ich mal hinfahren will wo ich hingucken will wichtig ist natürlich immer dass er eine karte dabei habt und da zeige ich euch hier mal einen kleinen trick warum karten sind ja nicht nur zur orientierung gut das könnte man heute natürlich auch alles bei google maps machen aber wie ihr seht habe ich hier so ein altes geodreieck mal genommen und der uhrzeiten dran geschrieben das ist in etwa der sonnenstand das ist so ein bisschen pi mal daumen und alles aus der vor app zeit sozusagen geht mir aber eigentlich nur darum dass man das auf die karte legen kann und kann relativ schnell sehen wo steht die sonne wann wie für welches motiv am günstigsten und dann braucht es manchmal ein bisschen überzeugungsarbeit bei den mitreisenden dass man eben genau in der reihenfolge reist wie das licht am besten ist so ein bisschen ist es schön wenn man versucht auf reisen auch eine kleine geschichte zu erzählen also fangt ruhig schon auf dem flughafen an zu fotografieren natürlich nicht in den bereichen wo es verboten ist ihr wisst das gibt doch so manchmal ein bisschen ärger mit den leuten vorm zoll wenn man da fotografieren will also mit denen legt euch nicht an aber ansonsten versucht mal so ein bisschen systematisch zu fotografieren dass er wirklich so immer wieder schritte mitnehmen vielleicht auch wenn ihr mal irgendwie mit einem verkehrsmittel unterwegs seid oder so macht da ruhig bilder von dass man das so ein bisschen nachher wie so eine kleine geschichte im fortlauf sehen kann und noch ein tipp ist natürlich dass man mal versucht auch daran zu denken dass die bilder nachher auch andere leute sehen sollen also wir fotografieren in erster linie immer für uns selbst das ist auch gut so auf der anderen seite sind dann natürlich andere leute die das hinterher angucken sollen und damit das nicht ganz so langweilig wird wie die dia abende früher wäre mein tipp dass ja mal so ein bisschen wechsel zwischen übersichtsaufnahmen die vielleicht für euch selber gar nicht so wichtig sind aber die wichtig sind für denjenigen der sich nachher eure bilder anguckt dass sie so einen überblick kriegen ach wie sah denn der ort aus wo der war dass er also nicht vielleicht nur euer hotel am strand fotografiert sondern vielleicht auch mal einen berg rauf klettert und das dorf mit dem mit dem strand da von von oben fotografiert so dass man so ein bisschen überblick hat so ein bisschen einordnen kann aha wo war der wo ist das und so kann man das eigentlich mit allen orten mit allen sehenswürdigkeiten machen da interessiert auch immer was ist drumherum wir fotografen fotografieren meistens ein bisschen einsilbig mit einsilbig meine ich dass wir die kamera nehmen und dann irgendwas sehen dann klick klick das ist schön aber konzentriert euch mal ein bisschen lasst den moment wo ihr von etwas begeistert seid mal sacken und versucht mal ein bisschen zu überlegen was begeistert mich hier also ist es das tolle sonnenlicht auf der keine ahnung ich sag mal kathedrale und dann durften da vielleicht aber noch ein paar blumen so und wenn ich registriere dass da noch blumen durften dann kann ich mir vielleicht auch überlegen die blumen mit ins bild zu nehmen damit die leute das zu hause sehen dass in etwa nachvollziehen können weil wenn die blumen nicht im bild sind dann haben die nur halb so viel effekt deshalb wirken viele bilder auch so langweilig es ist schwierig weil es ganz viele dinge gibt die uns beeindrucken die man nicht im bild sehen kann wärme kälte dürfte auf märkten zum beispiel auch ganz entscheidend das alles können wir nicht sehen die geräusche die kann man in dem bild nicht sehen man kann sie sichtbar machen durch symbole zum beispiel bei dem markt durch einen marktschreier wo man sieht okay der streiter jetzt ja wer ist laut waren dem mit ins bild nimmt oder wenn da gewürze sind die duften die gewürze mit ins bild dem fotografieren nicht nur so allgemein nur den markt fotografieren sondern da auch mal ins detail gehen und daraus eine mischung erzeugen und richtig nette ja ich sag mal so ein bouquet von 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 urlaubseindrücken zu sammeln und wenn ihr die bilder nachher euren leuten zeigt sortiert aus was das zeug hält bitte bitte sortiert aus zeigt den leuten so wenig wie möglich beschränkt es vielleicht mal auf 20 25 oder 30 bilder wenn dann die leute sagen sag mal hast du nicht noch mehr fotografiert dann sind die bilder gut dann zeigt ihnen noch mehr aber ansonsten kann man das manchmal auch ein bisschen konzentrieren und noch ein tipp auch wenn es eure mitreisenden nervt fotografiert eure mitreisenden ruhig ich habe also schon urlaube gesehen da habe ich berge berge wasser berge schiff berge 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 schiff schiff wasser berge berge gesehen dass der gute mann damals mit seiner frau und seiner schwiegermutter verreist ist konnte ich den bildern nicht entnehmen die waren nämlich nicht einmal drauf er war begeisterter amateur fotograf das war einer von besagten dia abenden das waren wunderschöne landschaftsfotos aber denkt dran die leute denen die bilder zeigt sind oft auch daran interessiert dass sie mal sehen wie ist es euch ergangen und wie ist es euren mitreisenden da gegangen ja und damit habe ich glaube ich für heute mal genug gequatscht das reicht erst mal so für den ersten eindruck wäre das thema reisefotografie sicher noch vertiefen wobei reisefotografie letztlich auch aus den ganzen anderen fotobereichen besteht also da könnt ihr das was ich euch letztens über den weitwinkel erzielt habe genauso nehmen wie dinge die demnächst noch kommen werden die wir hier besprechen werden ich verabschiede mich damit ihr wisst da kommt hinten dran noch so ein kleines schmankerl muss ich mir gleich mal noch überlegen wen ich euch da heute zeige ja ja ok 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 es kommt marie ich sag tschüss bis zum nächsten mal ich bin es wieder die marie die schwester von thomas naja wenn ihr mal wissen wollt dass man mit zum smartphone vielleicht auch noch andere sachen machen kann als so duckface aufnahmen dann guckt doch einfach bei dem thomas mal in den instagram kanal instagram habt ihr bestimmt unter instagram.com und dann guckt ihr einfach mal nach salzmann foto in einem wort geschrieben und mit ph und dann seht ihr ganz tolle fotos zum beispiel von mir vielleicht ich glaube nicht nicht auf meine meine fotos und dann guckt ihr natürlich auch auf die